Wenn der Strom weg ist, steht das Leben still. Als Bürgermeister bin ich im Krisenfall der Einsatzleiter und damit dafür verantwortlich, alle Hilfsleistungen zu koordinieren. Wir als Gemeinde haben vorgesorgt. Haben Sie auch vorgesorgt? Sind Sie vorbereitet auf ein Blackout, auf ein Leben ohne Strom? Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie online bei Ihrer Gemeinde ab 12. April. Untertitelung des ZDF für funk, 2017